Also für mich ist sicher das Thema Familienmensch, das Thema Stratege, aber auch das Thema Philosoph ein sehr wesentlicher Aspekt. Das Besondere an der VIG ist sicher das Verständnis einer gelebten Gruppe. Wir haben damit die Chance einer regionalen eigenständigen Verantwortung, die wir dann in der Summe zu einem USB der VIG-Gruppe zusammenwirken lassen. Im Vordergrund der Werte steht für mich die Vielfalt. Eine Vielfalt, die die Möglichkeit gibt, auch in Form einer Schwarmintelligenz dazu beizutragen, dass wir aus vielen Nationen und aus vielen Ländern und Gesellschaften die besten Lösungen für die Gruppe entwickeln können. Innerhalb unserer Gruppe ist ganz, ganz wesentlich, dass wir offen und transparent kommunizieren und auch auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Ich glaube, wir alle stehen vor großen makroökonomischen Herausforderungen, die wir derzeit sehr intensiv erleben. Wir haben auch Themenstellungen des Kapitalmarkts, vor allem aber auch die Herausforderung der Ökologie, des Klimawandels und damit einhergehend auch starke Veränderungen in den Erwartungen der Gesellschaft. Das sind Herausforderungen, die wir aber alle lösen werden. Ich habe die Freude, dass ich von meinen beiden Kindern schon in Summe vier Enkelkinder geschenkt bekommen habe und so gesehen ein sehr intensives privates Familienleben als Mittelpunkt im Ausgleich zum beruflichen Alltag erlebe.